Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, letztes Mal haben wir Valdi getroffen, einen sehr bergwürdigen Kautz. Ich bin da hinten rumgeeiert, was ihr nicht gesehen habt. Und ja, heute müssen wir seine Maschine reparieren, dafür müssen wir Teile einsammeln und die sind über die Map verstreut. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal da unten an, weil das beides in derselben Richtung ungefähr liegt. Aber erstmal hier runterfallen. Ich freue mich jetzt schon, ne? Also wenn ich mein Team angucke, dass wir einfach gerade vier Highline-Team haben. Und wahrscheinlich keiner von denen seinen Job machen wird. Ich freue mich jetzt drauf. Also hier seht ihr jetzt nochmal. Lieben ist Endoskeletten, Selbstlader und ein Hilfsrechtenkern. Das müssen wir einsammeln. Ich glaube, zu den einen können wir uns sogar hinporten. Irgendwann lege ich mich mit euch beiden da unten an. Irgendwann. Und dann werdet ihr mich komplett auseinandernehmen. Ich glaube, das stört ihn nicht weiter. Übrigens, das ist schön, dass ihr meine Meinung in den Kommentaren geteilt habt. Wie zum Geil ist der Kommandant geworden. Okay. 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 Das klingt gut. Die Musik gerade ist richtig traurig. Ja, das stimmt. Ja, fülle mir auch vor. no special interest man don't be shy now riku was not shy one game from all this is that you really like this master von of yours huh yeah he was really harsh on me sometimes but he was 10 times the mechanic i could ever be compared to masterpon and riku who is most excellent hmm good question i think that your friend here has a keen eye you know i would love to get to speak with him secrets of riku are closely guarded you don't say that i can't wait a friend even listening to riku ne a little elbow grease huh i think i get how valdy feels you reckon you sure he doesn't just have levies is on the brain ne wahrscheinlich nicht ja ich verstehe das auch nicht der ist doch kein sonderling wie oft habt ihr im leben schon mal hören müssen dass euch jemanden sonderling genannt habt also auf die ein oder andere art ist jeder besonders beziehungsweise als sonderling einzustufen ja und kloppen sich auch welche wir lassen die einfach mal weiter kloppen ne i want the parts from that big guy which big guy wait the damage to the leg here i fixed this not long ago ja wir müssen jetzt trotzdem kämpfen attacke würde ich sagen ne der sieht aber auch besonders aus das ding kann ich niemals im leben bluten lassen ich hoffe weil die deine heiltechniken sind irgendwo praktisch oder zumindest praktischer als das was ich bisher gesehen habe weil mein mate das ding ist schon fast tot und tschüss ich glaube ich habe was ich wollte so ich wollte aber eigentlich an den container hier zuerst und nicht an den kampf ich glaube das war unvermeidbar der kampf da ist auch noch ein ether kanal ist glaube ich sogar der große so oder so nehme ich dich mit erst ding ist ich habe jetzt schon 24 und weiß noch nicht was ich damit anfangen soll unter mir ist auf jeden fall eine höhle okay dann wird ja nur noch ein stück dann ist das ding schon repariert ohne höhle da könnte ich auch durch eine ahnung was da mich erwartet nee ich käme hier so um den dreh irgendwo raus kann ich ja gleich nachgucken was da in der höhle ist erstmal geben wir hier lang und holen uns das objekt unserer begierde das ist wirklich verwunderlich warum hat hätten ihn in ruhe gelassen ja würde ich auch gerne wissen das was funktioniert muss man nutzen er macht doch gern ja 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 es jetzt ist der junge auf einmal wenn man es okay ich will aber trotzdem eben kurz in die höhle reingucken sollen wir reingehen rein da ist bestimmt so ein geheimer ort der cohn des weisen hier ist ein äther kanal die sonst noch irgendwas besonderes muss doch irgendwas sein da ist ein container ich bin für den container durch die höhle gelaufen und da unten gar mit dem boss den ich wahrscheinlich sogar down bekäme da gut dann zurück zu den kaputten dingern so dann repariert die dinger mal weil die ja das stimmt hmm why not try a different time oh different like 11 miss but not equipped for combat obviously I don't know that nitty-gritty I'm sure it's not totally off the table right yeah mr. dog right yeah Lance you couldn't be more right I shouldn't be led by the whims of others when I make my sweet little mecca thanks Lance and all of you I'll be back in a jiffy it's done was the same did wow that faster it's looking a little on the small side now is that how you want it damit es wahrscheinlich in krieg eingesetzt wird damit hätte man rechnen müssen huh a console please to make your acquaintance or a Boris ah fear not I have no interest in stirring the pot I was simply curious as to why our dear valde hadn't returned you promised us you would build the ultimate leaveness did you not how much longer do you expect us to die haben irgendwelche psychischen probleme das ist alles ein spiel für euch was er ernst we were to lose the initiative we would be the ones trample beneath their boots yes yes but ah valde my boy who was it that said he be fine so long as he could tinker away with leavenesses because I can't remember those words du bist so ein mieser hund du bist so ein mieser hund don't worry I've made up my mind ultimate leaveness he said I'm a little worried now hmmm der würde ihn wahrscheinlich gar nicht erst bauen but I was more worried about how valde feels he said he'd made up his mind doesn't sound like he's gonna be finishing his ultimate anything to me more like he wants to destroy it so rennt einer los gut idee vorher stelle ich eben kurz was um so wir müssen ihm folgen wir müssen waldi retten den chaoten kann man doch nicht alleine lassen das ding ist cute auch wenn es eine maschine ist ne wehe du opferst dich dann weine ich rennt wahrscheinlich den berg hier jetzt hoch komm fühl mich zu waldi mein kleiner freund ja ich wusste es dass der uns hier hoch führen wird ich habe es euch doch direkt gesagt war auch logisch war der einzige weg wo man sonst hätte lang gehen können denn vorne ist was elektrisiert gewesen gerade ich werde den kleinen kumpel folgen der weiß schon wohin ich frage mich über welche technologie der das jetzt macht dass der waldi aufspürt ob waldi so ein peilsender bei sich hat dem der kleine hier jetzt folgt oder ob der echt einen sinn dafür hat wo waldi stecken kann der war aber weit von seiner kolonie weg hier ist die auch schon kolonie 30 ich rechne mit einer filmsequenz du hast du hast du hast du hast du hast du hast du kannst Keine Angst. Ich versuchte dich durch das. Die nächsten Mal, wenn wir uns treffen, werde ich dich in der besten Leveness, der überhaupt war. So that's the game we're playing, is it now? You little upstaff! This is a case of falling in with the wrong crowd, isn't it? I'm very disappointed. Hmm, it's about halfway through the projected schedule, but this will have to do. What are you gonna do? I will have it achieve its intended purpose. But, first of all, I believe you need a little discipline. Wait a sec! Excuse me! What is this junk? Move aside! Stop it! Just stop! You've done enough! I never wanted this! You weren't supposed to protect me like this! Where's this trigger? Lance! But how? Thank you, little pal, here. Your buddy led us all the way to you! Glorified tin-opener! Don't dare attack me! Don't do it! Please, stop! Oh. Any tool that defies the orders of its master is trash! Destined for the scrapyard. It's not trash! Leavenesses have always, always protected the things I care about. I'm so small and pathetic. But they taught me that, that I'm worth something. That's why I chose to be a mechanic. Not this. Not for something as sad as this! Why should you care about a hunk of metal? If you oppose me, I'll do away with you. Full stop! Quit your yapping and let's get scrapping! Die haue ich dir sowas von eins auf die Mütze. Du hast so richtig ne Trachtprügel verdient. Allein schon für den kleinen Robo werde ich dich verkloppen. So, dir mal Schaden. Dich nehm ich auseinander. Du verdammter Mist-Gerl. Das war einfach nur grausam. Vor allen Dingen, dass das für die einfach nur ein Spiel ist, der ganze Mist. Allein dafür habt ihr schon ne Abreibung verdient. Komm her! Ach, komm, Mio Riss In deine Visage Ja genau, Lance, hau dem eine runter Ich hab mir erstmal noch den richtigen Winkel gesucht Also auch spätestens mit der Angeskette hau ich dir so auf die Nase Wir haben ihn zumindest schon im Half-Life Mich interessiert, was Valdi auch in der Angeskette macht, ne Aber wir warten erstmal, bis der Half-Life ist, bevor ich auf die Angeskette gehe Kann nicht sein, dass da ne Sequenz kommt Ich mach dich so fertig Okay, da passiert nichts besonderes Valdi, was kannst du in der Angeskette Machen wir die Eta-Abwehr runter So, Valdi, was kannst du Steigert bei Aus war die TP um 50, wenn der Giedner eine Maschine ist Uh, das ist sehr nice All seine Fähigkeiten haben entweder mit Abwehr oder mit Heilung zu tun Das ist sehr schön Einfach instant auf 89 Okay, in der Hinsicht ist er echt gut So, könnte ich jetzt bitte auch noch direkt hier Äh, ich riech das nicht Ich mein, es gibt, äh, falls, äh, äh, seine Fähigkeit noch kommt Dass ich da dann wieder, äh, euch zeige Ansonstens geb ich das ganze, äh, könnten Ding Oh, wie, äh, schön, der kam direkt, äh, nach der, äh, die ich gerade hatte Der ist übrigens irre stark, wenn der Gegner eine Maschine ist Muss ich feststellen Alter, du bist ja ultra geil im Team Ey, guck mal, der ist einfach schon fast bei 200 von dem Wert, ne Ich könnte das jetzt so hart eskalieren lassen Und das werde ich, glaube ich, auch Ich hau erst mit den anderen, äh, kurz ein bisschen hoch Das wird's Schaden regnen So, erstmal in Ohnmacht kloppen Und jetzt wird eskaliert Ho, ho, ho 320% Alter, ich kann allein mit Baldi Instant die, äh, Sachen zwiggern, ne Ey, wir sehen uns nach der Kette Das ist ja mal ultra krass mit Baldi Alter, Baldi, ich liebe dich Zumindest, wenn's um Maschinen geht Jetzt wirst du geschmettert Schmettern Vernichtung Was bekommen, was du verdienst, Junge Er ist traurig um den kleinen Robo Er hat beschützt, äh, statt zu töten Also, ich hoffe, ich hoffe, dass ich so Ich hoffe, dass ich so Ich hoffe, dass ich mich Ich werde mich beschweren. Nächste Mal werde ich dir sicher, dass ich einen schweren Körper geben werde, Mecha-Friend. Mecha-Friend? Ich muss einen Namen haben, richtig? Dieser kleine Mann ist nicht für Krieg. Er ist ein Freund und ein Freund. Also, ja. Danke, Leute. Ich werde mich nicht mehr auf meine Erwartungen auf reparieren. Das kannst du uns überlassen. Wir können immer die Kolonie 30's Flamenklochen. Das bedeutet, dass alle in der Kolonie nicht mehr kämpfen würden. Die Levenklochen auch. Du kannst das tun? Ich kann das gar nicht garantieren. Ich kann gar nicht garantieren, dass Dinge schnell gehen für dich. Ich würde nicht sagen, dass Dinge besonders groß werden, als sie stehen. Wenn ich eine Unterschiede für Menschen machen, und nicht nur Levenklochen. Lass es das tun. 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 Ich glaube die mögen mich langsam nicht. Es ist wirklich vorbei. Hey, bist du okay da? Wait, nicht ein Muskel. Es gibt vielleicht ein paar Werteilige Materialien. Es gibt nichts an, glaube ich. Wie fühltest du? Es hat eine Sting, nicht wahr? Es war ein großes Problem für dich. Lads, du bist besser gestorben als ich. Komm mal, Mann, nein. Ich bin gut. Ich meine, sicher, es ist ein großer Veränderung der Perspektive. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe bereits meine Gedanken gemacht. Das ist wahr. Hey, um, kann ich euch mit Ihrer Mission helfen? In return, es wäre das wenigstens, was ich kann machen. Valdi hat das Gefühl, was Valdi sagt. Ich habe never been more sure. For sure! Thank you. Wir haben es verstanden. Looking forward to it. Me too. Count me in. So Leute, damit haben wir wohl war ja die Freie gescheitert. Die haben sowas vor dem Visier. Ja, sicher, es könnte ja auch sein, dass die Kolonien ins Visier da durchkommen. Ja, das ist möglich, ne? Ja, das klingt eigentlich gut, ne? Also, ich muss ja jetzt gerade wirklich feststellen, ne? Wenn der Gegner eine Maschine ist, Valdi ist einfach ultimativ während der Angriffskette. Der kann halt einfach instant alles trägern. Ne, Kolonie 4 war ja auch sehr aggressiv unseren Damen gegenüber. Ja, das sollten wir tun. Ah, Wände erklimmen. Du kannst nur bestimmte Wände hinauf und runterklettern. Wahrscheinlich diese lila nimm. Ja, du bist wirklich ne Healer-Klasse. Ja, der ist richtig gut. Und ich hatte recht. Diese lila Wände kann ich jetzt hoch. Na also. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Bei mir ging das jetzt wieder lang genug. Wenn es euch Spaß gemacht hat, hier heute wieder zuzugucken, dann lasst ein Abo und ein Like da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.